Herr Bellmann, guten Tag. Nehmen Sie mal mit dir Platz. Vor Gerüchten müssen Sie die Wahrheit sagen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich, 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Neu ist mir bekannt. Harald Bellmann, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Nürnberg. Sie sind ledig. Besitzer eines Imbissstands, Verwandte oder Verschwägenwärme, Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen aber, was ihm vorgeworfen wird. Na klar, das weiß bei uns jeder. Ja, der Kleine soll den Albert vergast haben, aber ich bin echt erstaunt. Ich dachte eigentlich, dass das ein ganz ordentlicher Kerl wäre, aber dass er so eine linke Nummer abzieht. Harry, was erzählst du denn da? Ich dachte, du wärst mein Freund. Stimmt, das sind Sie befreundet. Naja, ich sag's mal so, ich hab ihn halt ein bisschen unter meine Fittiche genommen. Ja, wie er damals zu uns auf den Platz gekommen ist, da hat er halt keinen Anschluss gefunden. Und da hat er mir ein bisschen leid getan. Und dann ist er halt immer zu mir zum Quatschen gekommen. Und dann hab ich ihm halt ab und zu meine Wurst ausgegeben. Eine Wurst ausgegeben? Ist ja ein Wunder, dass der noch lebt. Jetzt fang halt du nicht schon wieder mit dem Scheiß an da. Was heißt mit dem Zeug? Womit wir nicht fragen? Tja, Herr Richter, ich hab auch mal diesen Fehler begangen und hab bei Harry eine Wurst gekauft. Aber hören Sie auf, nachdem ich die gegessen hatte, kam ich den ganzen Tag nicht mehr von der Toilette runter. Hinterher stellte sich nämlich raus, dass dein Kühlaggregat kaputt war. Und allen Leuten hat er nämlich die schlechte Wurst verkauft. Und das geht ja bei uns überhaupt nicht. Ja, ich ziehe ein, das war ein Riesenfehler. Ich wurde dafür auch bestraft. Ich hab meine Konzession verloren. Ja, die hab ich bis heute immer noch nicht. Ja, aber ich kann nur sagen, dass es mir immer noch ehrlich neulich war. Tja, Harry, das möchte ich auch glauben bei dir. Die Wurstchen sind gar nicht so entscheidend im Moment. Ich würde ganz gern eher über ihre Beziehung zum Angeklagten nochmal sprechen. Also es hieß, sie sind befreundet gerade eben. Haben Sie gewusst, warum der Angeklagte sich da auf dem Platz aufgehalten hat? Ja, wahrscheinlich meinen Sie wegen der Kleinen. Ja, ich hab das schon gewusst. Sorry, Albert, aber ich hab ihm versprochen, dass ich das nicht erzähle. Aber meistens verpufft es eh gleich. Und so hab ich gedacht, dass das da auch so ist. Ja, sie müssen das so sehen bei uns, die ganzen Schausteller-Schönheiten, die bei uns auftreten. Und die haben alle ein tolles Leben und alles ist für die anderen Jungs so super toll. Ja, und dann, wenn sie dann ein bisschen dahinter kommen und da wird es denen allen zu blöd und dann gehen sie einfach wieder. Gut, das soll aber heute nicht unser Thema sein. Haben Sie einen Angeklagten, den an dem Tag, an dem dann der Gasschlauch des Herrn Lamberts durchgeschnitten wurde, gesehen auf dem Schaustellerplatz? Ja, den hab ich gesehen. Der ist gerade vorbeigekommen, als ich damals dann meine Wurstbude abgebaut habe, wegen dem Lizenzentzug mit dem Mist, was ich da gebaut habe. Ja, und man hat ihm gleich angesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Warum hat man ihn angesehen, dass was nicht stimmt? Naja, der war total verheult, hat einen Rucksack aufgehabt, er hat mich nach rechts und nach links gesehen. Ja, und ich hab ihn mehrmals gerufen, bis er mich überhaupt registriert hat. Und wie viel Uhr waren das? Ich würde so sagen, gegen zwölf. Er hat gesagt, er kommt gerade von Lilly, aber da hat er ganz schön vom Leder gezogen dann. Ja, was hat er genau gesagt? Ja, er hat gesagt, dass der Albert die zusammen erwischt hat. Ja, und ich hab ihn dann natürlich versucht, ein bisschen zu beruhigen. Hab ihn in den Augen genommen, hab gesagt, Mensch du, es gibt noch andere Mädels, vergiss die, geh nach Hause. Und auf einmal hat er mich so angestarrt mit so einem riesen Blick und hat dann gesagt, ah, sowas lässt sich nicht gefallen und der lässt sich von ihm nicht das Leben versauen. Ja, und der wird ihn schon noch fertig machen oder solche Sachen. Harry, ich dachte, du wärst mein Freund. Natürlich war ich fix und alle und hatte eine Stinkwut auf den Lamberts. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ihn fertig machen würde. Also, wissen Sie was? Ich glaube nicht, dass der Zeuge lügt, das haben Sie sich ja wohl gesagt. Und das glaube ich auch. Ja, wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Albert Lamberts, wenn ich fragen darf? Tja, also, für mich und für uns ist der Albert der Boss. Also, der ist ja auch sehr einflussreich bei der Schaustellervereinigung, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und, ja, der hat echt was auf dem Kasten. Also, ich sage immer, der Albert, der ist hart, aber der ist auch sehr fair. Ja, also, ich habe echt höchsten Respekt vor ihm. Tatsächlich. Da brauchen Sie gar nicht so blöd Fragen. Entschuldigung, Herr Verteidiger fragt nicht blöd. Ja, es ist klar, dass er jetzt auf die Lebensmittelkontrolle da hinaus will. Ja, aber ich habe meinen Fehler eingesehen. Der Albert, der musste so handeln. Ja, und für mich ist das gegessen. Ja, ich muss doch ein wenig schmunzeln. Denn mich wundert es, wie gleichmütig Sie jetzt hier über den Herrn Lamberts reden. Ich meine, schließlich war ja die Konzession, die Sie verloren haben, ja nicht das Einzige, was er gemacht hat, oder? Ich habe keine Ahnung, was Sie jetzt von mir wollen. Ach, Stichwort Motorrad. Ja, da gab es ein kleines Problem. Kleines Problem. Ja, der Albert, der hat mir das Motorrad konfisziert. Weil er hat mir einen Privatkredit gegeben und ich war halt mit den Raten etwas im Rückstand. Wie, was heißt konfisziert? Er hat sich Ihr Motorrad einfach so ohne Ihr Einverständnis geholt? Ja, schon so. Und Sie hatten keine Vereinbarung über das Sicherungsübereignen oder sowas? Nö. Na ja, so ganz legal das ist, man kann ja nicht einfach ein fremdes Eigentum sich aneignen und das dann konfiszieren nennen, oder? Na gut, Herr Richter, Sie werden das nicht verstehen, Sie sind nicht von unserer Branche. Das hat überhaupt nichts mit der Branche zu tun, das hat was mit Gesetzen zu tun. Und da steht ganz klar drin, Eigentum ist Eigentum. Ja, das macht schon sein. Aber bei uns Schaustellern regelt man so eine Sache unter uns. Und wenn er sich bei mir einen Kredit holt, sagt, er kann ihn nicht zurückzahlen. Kurze Zeit später kauft er sich ein neues Motorrad. Da ist doch logisch, dass ich mir das als Pfand hole. Ne, das ist nicht logisch. Weil an die Rechtsordnung müssen Sie sich genauso halten wie andere Menschen auch. Ja, Herr Richter, Sie müssen das verstehen. Er hat schon irgendwo in der Sache, regeln wir das halt bei uns so. Ja, und eigentlich habe ich ihm immer die Schlüssel auch eher dann freiwillig gegeben. Ja, ich hätte halt einfach meine Raten vom Kredit zahlen sollen, dann wäre das Ganze erledigt gewesen. Ja, Sie tun ja so ganz lässig, aber in Wirklichkeit war doch das Motorrad das Allerwichtigste für Sie. Ich bitte Sie, so sehr, dass Sie so um 17 Uhr sogar zurückgegangen sind. Aber sagen Sie dem Gericht doch mal bitte, warum gerade an diesem Tag das Motorrad so wichtig für Sie war. Ja, ich wollte zum Motorradtreffen mit meinen alten Mopedkumpels gehen. Genau. Und diese Motorradkumpels waren in diesem Zusammenhang in derselben Stadt wie Sie als Schausteller mit Ihrer Wurstbude. Und das war total wichtig für Sie, weil Sie dort in der Stadt eingetroffen waren und ohne Motorrad dastanden. Oder wollten Sie auf dicke Hose machen? Vielleicht schon, ja. Und? Haben Sie Ihr Motorrad bekommen? Nee, der Albert hat die Schlüssel natürlich nicht rausgerückt. Das war peinlich für Sie, oder? Ich meine, ich habe mich ja mal in der Wohnwagenstadt umgehört bei den Bewohnern. Und wie mir gesagt, dass Ihnen der Herr Lambert auf gut Deutsch einen richtigen Einlauf verpasst hat. Und es war so peinlich, dass Sie sich zum Gespött Ihrer ganzen Kumpels gemacht haben. Die waren nämlich auch dabei. Ja, das stimmt. Happy war ich natürlich darauf nicht. Aber was wollen Sie damit sagen? Also das frage ich mich allerdings auch jetzt, Herr Verteidiger. Ich meine, der Zeuge hat nachweislichen Astreis-Alibi. Er hat an dem Tatabend 15 Kilometer vor der Stadt mit seinen Motorradkumpels gefeiert, weil er dort zelten wollte. Ja, eben. Meinen Sie, nur weil mir der kleine Leid tut, halte ich den Kopf für den hin? Also echt. Waren Sie denn tatsächlich an dem Abend auf dem Motorradtreffen? Ja, klar. Ich frage nur so, weil ich die Zuverlässigkeit dieser sogenannten Alibi-Zeugen stark bezweifle, Herr Statzermal. Warum das? Das kann ich Ihnen schon sagen. Weil meinen Ermittlungen zufolge Unmengen an Alkohol dort getrunken wurde. Ja, wie üblich. Hallo. Ja, also da treffen sich einen Haufen Biker beim Campen vor der Stadt. Was denken Sie? Denken Sie, da trinken wir ein bisschen Limo oder was? Nee, aber meine Nachforschungen haben auch ergeben, dass dort sogenannte Komasaufwettbewerbe stattfinden. Und dann waren alle so prall, dass Sie gar nicht mitbekommen haben, wie Sie sich irgendein Motorrad von einem Ihrer Kumpels geschnappt haben und zurück zum Platz sind. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf so einen Scheiß kommen. Ja, das würde ich allerdings auch gerne wissen. Ich habe doch bereits vorhin schon erwähnt, Herr Staatsanwalt, dass da draußen eine Dame sitzt, nämlich die Frau Schindhelm. Und der gehört eine andere Schaustellerbude, nämlich das Lüberünd des Grauens. Und die will gesehen haben, dass dieser Herr Zeuge nochmal zurückgekommen ist, und zwar am Tatabend, Herr Staatsanwalt. Ja, okay. Machen Sie weiter. Ja, ich frage mich schon auch, wie hat diese Zeugin eigentlich Sie ausfindig machen können? Ja, im Gegensatz zum Herrn Staatsanwalt bin ich im Vorfeld zu jedem der Schausteller hingegangen, habe dort meine Visitenkarte hinterlassen und darum gebeten, wenn irgendwelche wichtigen Hinweise kommen, mich anzurufen. Ich meine, schließlich geht es um einen versuchten Mord. Wissen Sie was, jetzt müssen Sie wirklich langsam aufpassen mit Ihren Äußerungen hier. Im Gegensatz zum Herrn Staatsanwalt. Jetzt werde ich Ihnen ja was sagen. Das ist doch mehr als dubios, wenn plötzlich in letzter Sekunde in einem solchen gewichtigen Kapitalverfahren irgendeine Zeugin auftaucht. Da sollten Sie auch vorsichtig sein. Entweder Sie sind eine Wichtigtuerin oder eine Lügnerin. Ich brauche überhaupt nicht vorsichtig sein, denn diese Zeugenaussage wird mit einer DVD untermauert, Herr Staatsanwalt. Das werden wir dann schon sehen. Das ist doch eine DVD. Ja, sie hat mir gesagt... Was ist darauf zu sehen auf der DVD? Das weiß ich selbst noch nicht. Sie hat mir gesagt, sie hat eine DVD, die klar beweist, dass dieser Herr am Abend nochmal zurückgekommen sein muss. Gut, also selbstverständlich werden wir die Dame dann als Zeugin vernehmen. Ob sie dann eine Wichtigtuerin ist, können wir ja dann noch beurteilen. Im Moment noch Fragen an den Herrn Bellmann. Sie sind aber noch nicht entlassen. Nehmen Sie einfach mal hinten Platz. Heike Schindhelm, bitte. Kann sein, dass ich Sie noch brauche. So, also erst mal Ihren Aufzug und Ihre Schminke werden Sie mir erklären müssen. Aber zunächst einmal, haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja, klar. Dankeschön. Nehmen Sie bitte mal Platz. Naja, auf dem Foto geht es ja auch etwas manierlicher. Ich frage mich schon, wieso Sie vor Gericht in so einem Aufzug hier auftauchen. Also zunächst mal, Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Ja, das weiß ich. Also, der Name ist schon klar. Heike Schindhelm. Ja, aber ich möchte, dass Sie mich Arachnia nennen. Ich bin besser bekannt als Arachnia, die Spinnenfrau. Das haben Sie sogar hier eintragen lassen als Künstlername. Ja. Okay. Wie alt sind Sie denn? 29. 29. Und Ihr Familienstand? Ledig. Und das stimmt was? Ihr darfst das Leben erlangen? Genau, aber nur in der Winterpause. Und Ihr Beruf? Schaustellerin. Verwandt oder verschwägelt mit dem Angeklagten? Nein. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 24. April versucht zu haben, den Herrn Lamberts durch Gas, Propangas, zu töten. Kennen Sie den Angeklagten denn? Nur vom Sehen her. Der war nicht wirklich lang dabei. Jetzt hat der Verteidiger gesagt, dass Sie am Tattag eine Beobachtung gemacht hätten. Am Tag selbst nicht. Da war ich viel zu beschäftigt in meinem Labyrinth des Grauen. Der Henker ist mir abgesprungen. Wie was? Der Henker? Ja, der Henker. Wissen Sie, meine Show ist einzigartig. Das Labyrinth des Grauens. Der interaktive Gruselspaß für die anspruchsvollen Horrorfans. Meine Gäste treffen auf Vampire, Dämonen und Zombies. Und im letzten Raum bekommt jeder Angst. Denn dort schlägt der Henker den Kopf eines Gastes ab. Das ist natürlich nicht echt, aber wir sind Meister der Illusion. Das glaube ich gern. Aber was hat das jetzt alles mit der Verhandlung heute hier zu tun? Ja, warten Sie doch erstmal ab jedenfalls. Ich bin Perfektionistin. Das heißt, ich stelle ja nicht irgendeinen als Henker ein. Ich brauche schon jemanden, der angsteinflößend ist, Ausstrahlung besitzt und Muskeln hat. Und um so einen zu finden, habe ich ein Casting durchgeführt. Dieses Casting nehme ich auf Video auf, um die Leute danach zu vergleichen. Also um ein Casting ging es. Und wann und wo haben Sie das Casting durchgeführt? Das war so gegen 21 Uhr auf dem Platz vor meinem Wohnwagen. Am Tag, als Albert fast vergast wurde. Platz vor Ihrem Wohnwagen. Wieso haben Sie dieses Casting dann nicht in Ihrem Gruselkabinett gemacht? Ich nehme an, Sie meinen, mein Labyrinth des Grauens jedenfalls. Ich möchte doch nicht, dass jeder gleich meine Geheimnisse kennt, bevor er einen Vertrag unterschrieben hat. Und bei dem Casting war tatsächlich auch einer dabei, der ganz gut war. Den habe ich eingestellt, aber selbst der ist mir gestern wieder abgesprungen. Deswegen habe ich die Bänder nochmal durchgeschaut, ob ein Brauchbarer dabei war. Und da ist mir was aufgefallen. Und was? Harry war an dem Abend da, aber das kann ich Ihnen schon zeigen. Ich habe das Video dabei. Aha, geben Sie es mal. Das schauen wir uns dann natürlich schon an. Es gibt folgende Beschluss. Das Video, das die Zeugin übergibt, wird in Augenschein genommen durch Abspielen. So, dann das mal hier einlegen. Ich zeige es direkt hier auf dem großen Bildschirm. Also das ist so ein Bewerber um diesen Job bei Ihnen als Henker. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Du willst doch jemanden den Kopf abschlagen und kein Brot schneiden. Noch ein bisschen höher. Stopp, Herr Vorsitzender. Ja? Da. Da kann man doch ganz deutlich jemanden in Motorradkleidung sehen. Und das ist mir auch aufgefallen. Das ist sicherlich der Harry gewesen. Ja, so ein blödes Gelaber. Also ich war auf dem Bikertreffen. Das kann jeder Typ sein in der Motorradbekleidung. Mehr nicht. Wenn ich mir das genau ansehe, das sieht schon recht ähnlich aus zu der Montur, die Sie da heute anhaben. Und von Größe und Statur könnte es durchaus auch passen. Solche Sachen tragen Tausende bei. Ja, aber interessant ist auch die Lage von Arachnias Wohnwagen, wenn ich das mal vielleicht kurz demonstrieren darf. Hier befinden sich Arachnias Wohnwagen. Und zwar in derselben Straße, beziehungsweise Reihe, wie der Wohnwagen von Herrn Lamberts. Und man sieht auch auf dem Video ganz deutlich, wie ein Motorradfahrer in Richtung vom Wohnwagen von Herrn Lamberts geht. Das ist doch totale Quatsch. Ah, genau. Ja, vielleicht kann man sich diese Person auch mal näher heranzoomen. Ich war das nicht. Schau mal. Mir will hier irgendjemand was in die Schuhe schieben. Ihr könnt mir doch gar nichts nachweisen. So, jetzt da müsste das mal näher hergehen. Und was sehe ich da auf dem Helm? Hey, der Harry hat doch einen Helm mit dem Hotdog drauf, weil er doch der Wurst-Harry ist. Zeigen Sie uns doch mal bitte Ihren Helm. Dann lassen Sie mich einfach in Frieden, also echt. Harry, jetzt mach mal keinen Scheiß. Hey, lass die Finger von dem Scheiß. Zeigen Sie uns den Helm. Gucken Sie sich an. Und auch der Hotdog ist drauf. Ich hab's gewusst. Herr Bellmann, haben Sie dazu was zu sagen? Du wolltest mich umbringen, du Ratte. So werden Sie damit nicht durchkommen, das kann ich Ihnen sagen. Das sind doch eindeutig Sie um 21.18 Uhr am Tattag. Und Sie gehen auch noch, wie man hier sieht, in Richtung des Wohnwagens vom Herrn Lamberts. Also entschuldigen Sie, ein Motiv haben Sie auch noch. Harry, wenn du das warst, dann sag es. Los! Mensch, warte, jetzt mach endlich den Mund auf. Oder willst du wirklich, dass dieser unschuldige Ohr ins Knast kommt? Also, weißt du, dass du so eine feige Sau bist, hab ich nicht gedacht. Wer zum Teufel denkt eigentlich, dass du bist, Herr Schiff? Du denkst ja immer, dass du der Kirmes-King bist, ja? Ja, genau. Aber es ist noch bei Zeit, dass dir jemand eine Lektion erteilt. Jetzt sind wir doch beim Thema. Und? Es wurde Zeit. Und waren Sie der, der die Lektion erteilt hat? Ja, und wenn schon. Ja, ich bin einfach nur hingefahren und wollte doch nur meine Schlüssel wiederhaben. Der Typ hat vollkommen recht. Ja, ich hab mir um 8 Uhr irgendwas, waren alle sturzbesoffen. Ich hab mir ein Motorrad geholt, ja, und bin zurück zum Rummel gefahren. Ja, und der Dicke da, der ist ja normalerweise da noch in seinem Geschäft. Außer an diesem Tag. Da lag er schlafen in seinem Wohnwagen. Und da bot sich endlich der Gelegenheit, sich für die Konzession und vor allem für das konfiszierte Motorrad zu rächen. Wenn ihr wüsstet, das wär was gewesen, wenn der an seinem Gas erstickt wär, war doch noch mit seiner dummen Gassicherheit. Du bist die längste Zeit in meinem Fahrgeschäft gewesen. Gehen wir mal den Herrn. Nun gut, ich befürchte, Ihnen wird es nach dem Wald vergehen. Herr Bellmann, noch Fragen an die Zeugen? Danke. Das bleibt sowohl der Herr Bellmann als auch die Frau Schindhelm unvereidigt. Dankeschön, nehmen Sie da hinten Platz. Das bleibt selbstverständlich als Beweismittel. Sichergestellt sind Sie damit einverstanden, nehme ich mal an. Ja, Frau Kramer, dann bitte ich noch um den Bericht der Junggerichtshilfe. Ja, also so wie ich Jonas kennengelernt hab, ist er wirklich sehr, sehr verliebt in Lilly. Und sie war auch die Einzige, über die er mit mir sprechen wollte. Er hat mir mehrmals versichert, dass er damals einfach nicht klar denken konnte. Und er wusste zwar, dass man nicht einfach einen Ausweis fälschen darf, aber sah darin die einzige Möglichkeit, wirklich mit Lilly zusammen zu sein. Und ich glaube ihm das auch. Und nachdem ich auch sonst keine schädlichen Neigungen bei ihm sehe, würde ich im Falle einer Verurteilung ein paar Sozialstunden als absolut ausreichend empfinden. Dankeschön, Frau Kramer. Hierzu irgendwelche Fragen oder Erklärungen? Wir haben noch einen Ausdruck aus dem Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft, keine Eintragen. Wenn weitere Erklärungen nicht abgegeben werden, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatswahl, bitte. Herr Strafkammer, Herr Verteidiger. Dem Angeklagten lagen ursprünglich zwei Delikte zur Last, eine Urkundenfälschung und ein versuchter Mord. Von letzterem ist ja selbstverständlich, welch Wunder, wie wir alle hier gemeinsam, glaube ich, feststellen konnten. Aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. Täter war hier der Herr Bellmann. Herr Silow, ich bitte Sie, dass Sie sich hier ein bisschen in der Nähe dieses Herrn aufhalten. Urkundenfälschung, wie ist der Angeklagte zu bestrafen? Ja, aus Liebe. Ja, diese Urkunde, die er gefälscht hat, das war seine Eintrittskarte zu seiner Julia, sage ich mal. Ja, und wie ist er dafür zu bestrafen? Und Delikt bleibt es natürlich. Ich meine, Sozialstunden sind hier durchaus angemessen. Ich stelle aber deren Höhe und deren Anzahl in das Ermessen des Gerichts. Danke schön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Herr Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich bin ja ganz verwundert, dass wir heute, Herr Staatsanwalt, einmal einer Meinung sind. Denn ich kann mich eigentlich Ihrem Antrag vollumfänglich anschließen. Nur noch mit der Bitte, dass man hier tatsächlich auch berücksichtigen muss, dass es wirklich ja nur aus Liebe war, dass er diesen Ausweis gefälscht hatte, um hier mit seiner Lilly arbeiten zu können. Mehr wollte er nicht. Ich denke, hier die kriminelle Energie, die befindet sich ja schon fast auf einem Nullpunkt, auf einem Tiefpunkt. Deswegen bitte hier Milde walten zu lassen. Und ich denke auch, dass man sich hier der Jugendgerichtshilfe anschließen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Jonas, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst auch noch was sagen und Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil der Angeklagte. Jonas Sauer ist schuldig der Urkundenfälschung. Ihn man deshalb zehn Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Soweit er freigesprochen wurde, ist er für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die hinsichtlich des Freispruchs ausscheidbaren notwendigen Auslagen des Angeklagten. Nehmen Sie wieder Platz. Jetzt ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Bonn vom 26. April 2012 wird aufgehoben. Vielleicht fangen wir direkt mal bei der Dame da hinten an. Im Labyrinth des Grauens können Sie gern so rumlaufen und so geschminkt sein. Wenn Sie es in der U-Bahn tun, verstören Sie kleine Kinder und ernten wahrscheinlich von Erwachsenen in erster Linie Kopfschütteln. Hier, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das sehr unpassend. Ein Labyrinth des Grauens ist auch so mancher Strafprozess. Und dass am Ende im 21. Jahrhundert nicht der Henker mit dem großen Ball steht, ist eine der größten Errungenschaften einer zivilisierten Gesellschaft. Also, bei Ihnen heißt es am Ende nicht Kopf ab, aber Ihr Kopf zurechtgerückt wird Ihnen sehr wohl werden. Sie werden sich hier für einen Mordversuch zu verantworten haben. Was bleibt bei Ihnen? Naja, einen vorläufigen Personalausweis haben Sie gefälscht, um einen Job beim Autoscooter zu bekommen. Und das Ganze aus Liebe. Aus Liebe zur Lilly, da kann man wirklich sagen, da muss der Staat nicht noch mit dem großen Beil reinhauen. Zehn Stunden gemeinnützige Arbeit würden da völlig ausreichen, aber nicht mal. Die müssen Sie übrigens ableisten, weil Sie saßen lang genug in U-Haft, das ist damit abgegolten. Also für Sie ist im Grunde alles erledigt. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Beide Seiten akzeptieren es, dann ist das Urteil hiermit rechtskräftig. Ja, das Schaustellerleben ist, glaube ich, viel weniger romantisch, als manche sich das vorstellen. Rumreisen die ganze Zeit, draußen arbeiten bei Wind und Wetter, triste Wohnwagen und verdorbene Würstchen. Aber Hauptsache, vor den Kulissen geht es rund. Aber Sie beide, ich glaube, Sie brauchen dazu keine Kirmes. Ich wünsche Ihnen auf dem Kettenkarussell Ihre Liebe gute Fahrt. Und damit ist die Hauptfahndung geschlossen. Herr Bellmann, wenn Sie bitte aufstehen, stellen Sie bitte auf, Sie sind hiermit vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachtes des versuchten Mordes an Herrn Lamberts. Führen Sie nach, Herr Seelhoff. Kommen Sie mit. Dann wünsche ich Ihnen was. Wir sehen uns sicherlich wieder. Tschüss. Danke. Papa, kann ich bitte kurz mit Jonas allein sein? Bitte, bitte, bitte. Nur ganz kurz, okay? Na, aber nur ganz kurz. Und nicht, dass du dir was einbildest. Nur 30 Minuten und dann schauen wir weiter. Okay, danke. Super. Harald Bellmann wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und uneindlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Super. Super. Super.